die feier am nächsten tag ist echt super einfach nur um alle treffen zu können keine Ahnung wie das der Flasch gehört jetzt geht's mir oh Mason okay oh hey hey did you get a message from Yen saying emergency come now as well I'm sure what's the emergency listen here you lazy mopstick me and my boys since Mason's leaving you promise me you do it yourself first it was you had a cold and then it was your turtle beans and today I find out you don't even got a turn do you understand how much money I'm losing here so now I gotta give you a beat down sorry pal but it's a company policy oh wait no Rocky look what I really meant is I was bringing in new people to take special care of your commission look here they are did we come at a bad time you came at the perfect time mr Rocky here is the big boss of you follow salvage and he's got a very special commission that we should take care of right away with Mason's departure the commission sort of got lost in the shuffle for a few months or so but now that you two are both registered workshops you can take this commission off my hands help out right oh yeah sure that's what we're here for did you hear that our first big job see they're up for it what do you say buddy pal all right yeah against my better judgment I'm gonna give you one more chance great listen here builders Rocky and his miners are working out of Paradise Lost you know that big-looking ruins right next to the builders workshop my pal here commissioned two crane lifts to move things up and down this real long tunnel they're working out of and since there are two of you each one of you I can make a lift easy-peasy for all sorry for putting you two on the spot if only Yann's doing his job like he's supposed to it hey I'm not your pal if you're looking for parts we have a bunch of salvage in our company backyard that you can ruffle through it's located by the paradise lost ruins lots of miners there can't miss it normally we charge a weekly fee for access but here take a free one week pass when you're done install it for me as well she already drew me up a diagram for the lift so yeah you can have it I'll be put it to better use than this I excuse for a builder here my back was hurting on this diagram we won't be able to find these parts from any random scrap I guess we'll need to take a look at Rocky salvage yard looks like we need to use the furnace as well well we can't finish if we don't get started let's do our best okay los geht's oh it's you again say since I've got you did I ever explain the commission board to you I was actually excited to figure it out yourself eh well good on you the last time I have to spend training you the more time I'll have for you know big important president stuff I think you'll find the information you need in the commerce guild handbook on my desk check it out if there's something you're not getting ciao oh change your mind eh radio don't need it thanks ich hab bereits alles was ich brauche um anzufangen das problem ist leider dass ich selbst warte mal kann ich auch schon auftrag annehmen das ding ist dass ich leider selbst schon wie gesagt alles so ein bisschen kennengelernt hat von den mechaniken wir brauchen kein tutorial und alles was er sagt ist ihnen nur unnütze dieses zeug was sich wirklich hilft steintrug cool okay wir können das ist ein express auftrag okay immer mal die stein die neuen steintröge für elsi keine ahnung was ist jetzt noch ein machen einfach die neuen aufträge ja die neuen steintröge und dann sollten da auch schon unsere erste mission haben das weiteren wollte ich erst noch einen zweiten wiederverwerter basteln und ich brauche noch im ofen mindestens zwei öfen werden super und ich werde erst mal das hier drüben hin parken den stuhl werde ich mal hier in sammeln das tolle ist ich kann ausdauer regenerieren wenn ich auf stühlen sitze echt super und ich fange schon mal an der zweiten regierung den zweiten wiederverwerter zu basteln stein druck und euch noch die schleifsäge ich glaube dafür habe ich nicht mehr gut stuff leider nicht dafür ein bisschen die nass ja stimmt aus ausdauer können wir ja wasser herstellen und wasser wird tatsächlich benötigt um alle unsere maschinen zu versorgen wir haben hier so ein wassertank das war ich auch noch und die das wasser in diesem wassertank versorgt unsere maschinen mit energie quasi diese energie hilft uns wiederum weiter voranzukommen ok so auf jeden fall ist die karte mission natürlich immer wieder die missionsanzeigen und natürlich gibt es auch wieder werkstatt ruf und erfahrungspunkte und natürlich auch beziehungspunkte für jede abgeschlossene aufgabe der kran lift rufen beziehungen beziehungspunkte von allen leuten dieses kennengelernt habe mit anderem auch welche boni sie bringen und vorgeschichten natürlich überall wo der herzen runter ist sind potenzielle beziehungen und wo sterne drunter sind sind halt normale leute mit dem man halt freundschaften schließen kann und dann auch bonis bekommt die zusätzliche pro punkte bonus prozentpunkte also etc pp hat der ganz klassische scheiß aber wir überspringen erstmal den tag und machen mal weiter würde ich sagen ok und hier ist auch ein bisschen anders als bei my time mit porsche wenn ich vor 0 uhr schlafen gehe wenn ich komplett ausgeruht ich hi there builder special delivery special delivery hi i'm jasmine i was delivering your sample newspaper if you like reading it just go to the new stand near city hall to subscribe then you will get each issue in the mail oh hey i bet it's hard moving to a new place i know this town like the back of my hand let me show you around i'm a super good tour guide i know lots of stuff about sandrock cool cool the jasmine co official sandrock tour is now beginning our first stop will be the wandering why yak mel ranch that's good passengers please look ahead and notice mr cooper mrs mabel and elsie's house they have a really big ranch that means they get milk for everyone maybe some other stuff too oh you can see the yak mel over there i'd like to say hi to them every day sometimes they even say hi back but it sounds like moo i think they sell stuff that you can use to take care of animals here that might be useful for you huh yep on to the next stop please keep your hands and feet inside the imaginary vehicle that is a good news sigh 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 n silicone Oh, hey, das reminds me. Do you know what the official town slogan is? Minister Matilda came up with it, and now everybody says it all the time. Wow, yeah, that's right. You got it. You must have done your own work. I give you a sticker, but I don't have any. Conserve water. That's our slogan. If we run out, I guess we have to go somewhere else. So we should say our slogan to help a lot of people remember. This concludes the Martos Oasis part of our tour. For our next stop, we will be visiting... Fabulous City Hall! Demolus? The first thing you will notice about City Hall is that it's very big. Grown-ups often go into this building and talk a lot. My mom works here when she isn't going out into the desert. Aunt Heidi also works next door. She builds bridges and upgrades houses and stuff. Say, isn't that the same job as you? What's the difference? Oh, by the way, from the station to here is the main street of Sandrock. RVO's store, Grandma Vivi's clothes shop, Mr. Owen's saloon, um... Mr. Popo's parlor. Yeah, they're all on this street, so you can definitely go shopping here when you have some time. Moving right along! Nice! Here we have a great picture. Here we have a great picture here. Oh, what the hell are you gonna do? That's where the other two interviews really are. You should be there. Oh, Jasmine ist einfach verschwunden. Ah, da oben ist sie. Ähm. Ähm, ich glaube, das ist es. Das ist ziemlich großartig. Das ist die letzte Zeit. Das ist die sehr spezielle Jasmine Co. Tour. Das ist genug walking für heute. So, was du denkst, von deinem neuen Haus? Ja, ich denke so, auch. A lot of people don't like this place so much. But you do. So I think that means we can be good friends. Anyway, I'm sure you have lots of things to build. As for me, I need to go to Ant Katori's Game Center. For business. Come join me if you get time. Keramik-Teller gelernt. Und wir können die Kisten sogar zerlegen. Nice. Gold. Äh, untersuchen. Könnte ich es mal nur. Will ich aber nicht. Okay. Okay. Wir sagen immer Hallo. Hallo. Mein Bruder scheint zu denken, dass es zu verkaufen ist wie ein Spiel, das gewonnen kann. Wenn er versucht, dich zu überzeugen, etwas zu kaufen. Nur mach das, wenn du es wirklich brauchst. Okay? Okay. Ich glaube, ich werde die Konversation erstmal ruhig halten. Am Anfang an. Ich meine, bei MyTime mit Centro... Äh, bei MyTime mit Porsche hatte ich halt direkte Vorstellungen, mit wem ich nicht befreunden wollte. Und etc. pp. Deswegen, ich glaube, ich mache immer die simpelsten... Ich mache immer die simpelsten Konversationen einfach nur, um Freundschaften zu schließen. Uh-huh. Tell us this for all! So long, Partner. Hallo! Hey, how's it going on your end? My crane lift is almost done. Things have been easier since I built a furnace. Say, has Yen been bugging you like he's been bugging me? He came to check out my progress like ten times already. How's it going? Get... Catch you later! Well, look at you. A new builder in town. Always glad to see a new face. Here now, Sugar. Take this scarf. It gets chilly here at night. Courtesy of TaylorMade. Don't be a stranger, you hear? Oh, baby. ...must only be used in self-defense. See ya. Hey. You're one of the new builders. Pleasure to make your acquaintance. I'm Owen. I run the Blue Moon Saloon. Are you hungry? I have a couple sample dishes. I know you can work up... Quiet and appetite after spending a day in the ruins. Drop by any time. I'll be around. No, I'm not sure. How travelers here always ask which is drier in climate? Sandrock or Barnarock? I'd say it's Sandrock. We've got to be the best at something, I figure. We bring serenity. So long, partner. Good point. Howdy! Hey, quick word. Do you think you're actually going to finish Rockies' commission? If it's not happening, I really need you to let me know. Because train ticket prices always go up the closer to your departure date. So long, partner. Hey, Ben. See ya. Okay. Geh mir mal in die Arbeit. We had auch ein bisschen was zu tun. Zum einen will ich ja noch die zweiten Wiederverwerter basteln und wir müssen auch noch ein paar Aufträge fertig machen. Dazu brauchen wir jede Menge Steine. Oh, was haben wir noch so weit ist im Momentar? Genau, wir haben ein paar Klamotten Charakteranpassungen. Aha. Hier müssen wir ja alle deine Werte einsehen. Accessoires. Versteigungspunkte plus 18 Ausdauer plus 5 erlittener Schaden minus 3%. Das ist nice. Ah, den Seitenschauer kann ich jetzt bei Level 9 nutzen. Okay. Ansonsten sollte ich mal schauen, ob ich auch eine Kiste mal herstelle. Okay. Okay, was haben wir sonst? Tumbleweed Standard. Äh, macht euch bereit. Äh, Logon noch im großen Geschäft. Okay, Banditenanführer Logon. Klingt schon mal super. Tag der Erinnerung, alles klar. Äh, Zeitung werde ich das nicht lesen. Das mache ich von anders. Oh. Alles klar. Wir müssen Briefe antworten, das ist wunderbar. Merk's, ich vermisse dich. Es ist kaum zu glauben, dass nur ein paar Tage vergangen sind, seitdem du nach Sandrock gegangen bist. Dein Vater und ich vermissen dich schon so sehr. Denn als du klein warst, bist du immer von uns weggelaufen. Manchmal habe ich dich einfach laufen lassen, um zu sehen, wie weit du kommst. Aber ich wurde immer nervös, bevor du weit genug kamst. Ich schätze, wir hätten das kommen sehen müssen. 100 Golds, 5. Fleisch und ein Unterstützer-T-Shirt. Da ist das Unterstützer-T-Shirt. Ein Kickstarter-T-Shirt. Genau das habe ich gemeint. Wie ist das T-Shirt? Das hat mich gemeint. Es wird doch kein Entwickler-T-Shirt, sondern das Kickstarter-T-Shirt. Ich bin stolz auf dich und ich weiß, dass du in deinem neuen Job Großartiges leisten wirst. Niemand sonst hat die Chance ergriffen, diesen Vertrag anzunehmen, denn es wird hart werden. Aber du hast ihn trotzdem angenommen. Ich weiß, dass du in der Lage sein wirst, Telesses nach Sandrocks zu bringen. Ich wünsche nur, du würdest ein bisschen besser auf dich aufpassen. Die Decken, die ich für dich gefaltet habe, liegen immer noch vor der Tür. Soll ich sie dir schicken? Ich habe gehört, dass es in der Wüste nachts sehr kalt werden kann. Wir sind so froh, dass du jetzt unabhängig bist, aber Sandrock kann gefährlich sein. Also zögere bitte nicht, uns um Hilfe zu bitten. Deinem Vater geht es gut. Er baut dein Zimmer in einen Garten für seine Bonsa-Bäume um. Ich glaube, er will es nicht zugeben, aber dein leeres Zimmer zu sehen hat ihn irgendwie traurig gemacht. Er sagt, er würde dir die Bäume rausnehmen und dich jederzeit wieder reinlassen. Also hoffe ich, dass du nicht beleidigt bist. Wie auch immer, wir haben dir etwas Geld für Decken geschickt. Sag uns Bescheid, wenn du dich eingelebt hast. Und vergiss nicht, auf dich aufzupassen. Und noch antworten wäre super. Und noch antworten wäre super. Ich finde alles in Ordnung zu schicken, zu den Eltern ist immer eine gute Idee. Von der Kirche. Sie haben heute Abend eine wichtige Ankündigung. Äh, jup, okay. Bob, Bob, Bob. Okay, ich brauche noch ein paar Steine. Also wir gehen noch keinen Schrot sammeln. Wir holen uns erstmal das Zeug, was wir brauchen für die Aufträge. Und so, das brauche ich dann auch erstmal einen Ofen. Jetzt komm ich hinzu. Und so, das bleibt ynnoksert. Okay, Axe ist nicht stark genug. Äh, Spitzhammer ist nicht stark genug. Level 4. Tumbleweed! Gimme dat Minerals. Okay. Gut. Äh, da haben wir noch ein paar Steine. Ich glaub, die restliche Ausdauern müssen wir dann da ein bisschen Schrott zu holen. Nicht genug Ausdauern. Okay. Äh, ich brauche viel mehr Metall. Ah, ich kann ihn sogar mit sehr wenig Geld kaufen. Mach ich jetzt was so. Ob ich zwar mal einen ganzen Goldsen verballert, aber egal. Äh, was bringt mir eigentlich Ausdauer? Von der ganzen Nahrung. Taktuswucht. Okay. Okay. Das Dörrfleisch. Und die Sandbeeren. Okay. Da, okay. Also brauche ich die Jagdmehlmilch schon mal gar nicht dafür. Ja. Ich sollte es von dem T-Shirt verwechseln. Oh, eine Datendisk. Okay. Okay. Damit hätte ich jegliche Schrott von hier erstmal zerlegt. Tatsächlich sind die meisten Leute, mit denen ich hier reden kann, ähm, bei der Euphora Salvage, ähm, sind NPCs, die nichts mit der eigentlichen Story zu tun haben. Leider. Deswegen kann ich auch nicht mit denen reden. Ähm, so. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine Schleifsäge. Dann brauchen wir noch die neuen, die 8 Tröge. Dann habe ich auch schon mal die Quest. Nice. Ich kann die Wiederverwerter schon mal arbeiten lassen. Das ist das, was ich hier nämlich noch einander machen müssen. Ich kann diese Schrott mitmachen, wenn ich das jetzt darüber nachdenkeleIDE wahrscheinlich war. Ich kann auch immer noch einander machen, wenn wir das mal aussehen. Wir haben uns getroffen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns richtig getroffen sind. Ich bin Jensen, der Konduktor der Sandrock-Trainstation. Schön, dich in Sandrock zu haben. Hallo. Mhm. Wir sehen uns später. Da ist Elsie. Oh, hey, ein anderer Tourist. Wie? Ich bin Angst, dass ich auf meinem Weg bin. Der neue Geschäftsführer? Na gut, warum hast du das gesagt? Ich bin Elsie. Schön, dich zu treffen. Sorry, dass ich dich nicht kennengelernt habe, Partner. Ich dachte, alle Entwickler sind alte Geyser, wie Mason. Schön, dich zu sehen. Oh. 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 Der was? Die was? Die what? Oh, stimmt, ich habe ja noch eine Quest hier. Moment, wo geht denn da hin? Quest, ist denn auf der Karte irgendwas verzeichnet von einer Nebenquest her? Noch nichts, okay. Ah, gee. A new Builder? Why wasn't I informed of this? A datadisc? Allow me to explain. Datadiscs are a type of storage medium made of multiple layers of polycarbonate. While many of them don't contain anything useful, some have troves of data on how the old world built their machines and structures. Now, granted, we're not yet technically proficient enough to recreate exact replicas of these relics, but with the Builder's help, we can get pretty close. Datadiscs help me create diagrams for new machines, which you can construct on your assembly station. I keep a collection of diagrams plus potential future plans with me at all times. So, if you need to build something that's not in your handbook, talk to me. Bring me datadiscs and I'll give you new diagrams. Simple enough. Come here when you have more datadiscs. Last time. Okay. Datadiscs have been closed. Let's see if we can do it again if we can do it again. Because like we know, the Aufträge are important. Okay. The one for Beziehungspunkte and the other for money and Rufpunkte. And the other for money and Rufpunkte. Untertitelung des ZDF, 2020